servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einer kleinen änderung zur neuen woche beziehungsweise mit ein paar tipps und tricks die ich noch für euch habe beziehungsweise was ich in erfahrung gebracht habe zum einen und das ist ziemlich interessant und das spart auch zeit und vielleicht auch stress diese weekly quest hier unterstützt das abkommen sammelt 4000 ruf auf den drachen inseln das ist egal bei welchen quests da würde ich euch auch empfehlen nehmt das ding als erstes an und alles was ihr danach abgibt so wie hier jetzt hat mir dann immerhin 75 ruf gegeben auch wenn es dann halt kleinvieh ist aber das macht bekanntlichermaßen auch mist fünf euro ins frasenschwein aber das lohnt sich da schon mal ein bisschen was nebenbei zu machen und natürlich solltet ihr die auch annehmen bevor ihr so dicke klopper macht wie hier diese events oder sonstige geschichten und was da dran auf jeden fall jetzt geändert wurde oder was vielleicht auch schon vorher war und wir einfach nicht wussten weil es halt auch noch nicht der fall war ich glaube das wurde erst bekannt dadurch dass die amerikaner halt eine einen tag vorher in die neue id sind als wir und zwar ist es so dass wenn ihr zum beispiel diese woche bei weiß nicht 3900 ruf steht und ihr wisst oh mist morgen resettet die quest und ich krieg sie nicht mehr fertig das ist ja richtig doof dann braucht ihr euch keinen stress diesbezüglich machen denn diese quest resettet jetzt oder was heißt resettet jetzt sie resettet quasi nicht also wenn ich diese woche 3900 ruf gesammelt habe und ich gehe in die neue woche dann fange ich da auch bei 3900 an was halt ein bisschen doof ist ist die tatsache dass ihr nicht oder dann einmal einen wert der quest verliert so zu sagen also in dem fall würde ich jetzt den fortschritt von dieser woche komplett verlieren und der wäre dann halt weg aber im sinne von ich kann die quest trotzdem nur einmal abschließen aber die vorarbeit habe ich schon gemacht das ist zumindest ganz nett dass man da nicht dann da sitzt und sich denkt oh shit hätte ich es doch nur mal abgegeben all die arbeit für die katz dann gab es noch ein bisschen verwirrung hier mit diesen schlüsseln die man bauen konnte große obsidian schlüssel da habe ich jetzt selber mal getestet weil es auch in den kommentaren hieß es gebe mehr ruf und so weiter und so fort also ich habe jetzt wirklich den ersten key diese woche abgegeben und habe ihr seht im chat 1000 ruf bekommen und nicht wie es teilweise stand 2500 oder so mir geht es dabei auch gar nicht darum jemanden zu sagen dass er falsch lag damit oder sonst was aber es gab da jetzt ein bisschen verwirrung es gab verschiedene sachen die im netz standen und in dem fall wollte ich einfach nur das ganze selber mal nachchecken und prüfen wie viel ruf dieser ganze krams jetzt eigentlich noch gibt also es ist auch weiterhin ein sehr sehr mühseliger ruf grind aber einmal die woche den ganzen kladderadatsch hier zu machen das lohnt sich eigentlich schon beziehungsweise ist nicht allzu verkehrt und ihr könnt ja dann wenn ihr den krams einmal gemacht habt immer weiter schlüssel abgeben um theoretisch die ganze zeit ruf zu fahren macht das spaß aber mir zumindest nicht aber es ist eine gute möglichkeit für euch um an hier zu kommen da da wenn ihr maximalen ruf erreicht ein 398 umhang wartet damit auf jeden fall danke an euch fürs zusehen ich wünsche euch noch einen guten start in die id viel viel spaß und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen